Moinzen und willkommen beim aktuellen Wochenplan und der wird auf jeden Fall sehr, sehr viel für euch vorbereitet haben. Beginnen wollen wir dabei mit dem Montag, denn da findet der Epic Gear Cup statt. 17 Uhr geht es da los und die Besonderheit liegt darin, dass nicht nur YouTuber daran teilnehmen, sondern ich selbst auch auf Englisch casten werde. Dienstag ist dann 19 Uhr wieder die EPS, wo wir deutsche Challenger Teams aufeinandertreffen sehen. Und am Mittwoch gibt es das Finale des Epic Gear Clubs, wo sich natürlich die Teams aus dem ersten Qualifier sehen und dann auch noch die ein oder anderen Profi-Teams, die eingeladen wurden. Auch wird da 17 Uhr wieder der Start sein und meine Englischkenntnisse sollten bis dahin etwas gestiegen sein. Der Donnerstag selbst passt dann wieder in die Kategorie Standard, da werden wir ganz einfach nur zocken, 20 Uhr ist da der Beginn. Und bei Freitag bin ich mir noch nicht ganz sicher, denn da kann es sein, dass ich kurz nach Berlin fahre und die ein oder anderen Möbel hinbringe. Dazu werden aber noch weitere Informationen folgen. Der Samstag ist dann wieder etwas sehr, sehr Schönes und zwar ist da nämlich das Blue Buff for Diabetes Finale. Und bei diesem Finale habt ihr die Möglichkeit Affenklappe und mich live zu sehen. Denn der Start dieser Veranstaltung ist bereits 12 Uhr mittags und die Location ist das Audimax in Halle an der Saale. Das ist ein großes Universitätsgebäude. Dort könnt ihr also in guter LCS-Manier die Spiele live verfolgen. Gut, und der Sonntag selbst wird dann nochmal mit den Platin-Subwars abgerundet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Ganze funktioniert. Kev ist da ein Stück weit unterwegs, aber ich denke wir werden das irgendwie unterkriegen. Gut, hier merkt man schon, diese Woche ist etwas prall gefüllter und das ist natürlich positiv für euch. Deshalb haut rein und viel Spaß beim Ranked.